Hallo Nassim. Hallo. Servus oder Tag auch? Servus. Wie oft hast du deinen Namen schon wiederholen müssen? Meinen Nachnamen, richtig? Naja, jetzt hier achtmal bis zehnmal. Gib uns bitte mal eine kleine Kostprobe. Bujellab, so wird er ausgesprochen. Zentrales oder offensives Mittelfeld? Offensives. Was verbindest du mit Hannover? Nichts. Okay, ja. Erstes Bundesligaspiel. Couscous oder Kartoffelsalarm? Knappenschmiede oder Jungschanzer? Die Frage ist nichts. Aber Knappenschmiede, weil ich von da komme. Wie lange schaffst du es, nicht auf dein Handy zu gucken? Ganz den Tag natürlich. Du gründest eine WG in Ingolstadt. Welcher deiner neuen Mitspieler darf einziehen? Fertig, Ständer, Kutsche. Wenn noch, Jalen nehme ich auch noch dazu. Reicht. Was kannst du so gar nicht? Boah, kochen. Auf welches Match in der zweiten Bundesliga freust du dich am meisten? Ja, natürlich gegen Schalke. Größte Schalker-Legende aus deiner Sicht? Raul. Welche Schlagzeile im Sportteil würdest du gerne einmal über dich lesen? Schwierig. Ich würde sagen, Nassim schießt Ingolstadt zum Aufstieg oder keine Ahnung. Weil jetzt bist du übertrieben, aber... In Mathe warst du wohl gar nicht so schlecht. Sag mal, wie lautet denn der Satz des Pythagoras? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Im Verein oder auf dem Bolzplatz kicken? Auf dem Bolzplatz würde ich sagen. Marokkanische oder deutsche Nationalmannschaft? Marokkanische. Warum sollte man unbedingt mal nach Marokko reisen? Ja, gutes Essen. Muss man draufpassen. Ja, schönes Land. Gutes Wetter. Schöner Urlaubsort. Das leckerste marokkanische Essen ist? Ich glaube, ich würde sagen Couscous. Wie viele Menschen haben dich bei Instagram abonniert? 72.000 bis 73.000, glaube ich. Ist dir das wichtig? Nee, eigentlich nicht so. Nimm mal mit. Wer ist jung und brutal gut aussehend? Ich natürlich. Welche Macke hat Farid Bang? Keine Ahnung. Asozialer Marokkaner. Boah, das ist ein Album. Keine Ahnung. Fußball auf der Konsole oder im realen Leben? Im realen Leben. Wer hat mehr Skill? Gamer Brother oder Prinz Nassim? Ja, Prinz Nassim natürlich. Dein Gesicht, wenn du auf der Konsole eine Partie FIFA verloren hast? Soll ich es jetzt echt nachmachen? Das wäre mein Gesicht. Danke dir, Nassim. Gerne, gerne.